Eltern von Kleinkindern sind immer so wahnsinnig stolz auf den Kleinen. Ein bisschen oben, aber manchmal ein bisschen übertrieben. Jede Entwicklungsschritt von Kleinkindern werden von ihren Eltern jedes Mal so fast gefeiert. Schatz, komm, komm, er mag das nochmal! Schatz, schnell, bring die Kamera mit! Ja, das haben wir gestern aufgenommen. Ja, haben Sie Entwicklung! Er wird so eine Genie! Er ist begabt! Und Eltern von Kleinkindern melden sich immer mit dieser Freude. Zum Beispiel beim Elternabend. Sind die Eltern von Benjamin dabei? Wie überglückliche Teletubbies. Elten von Teenagern haben eine andere Art, sich zu melden. Sind die Eltern von Kevin dabei? Eltern von Teenagern melden sich wie Mitglieder der anonymen Alkoholiker. Hallo, mein Name ist Marc. Seit zwei Jahren ist mein Sohn Teenager. Selbstverständlich, ich meine, es ist sehr schwierig, genauso um stolz auf die Entwicklungsschritte von Teenagern zu sein. Oh, guck mal, er ist zum ersten Mal besoffen. Er hat sein erstes Mädchen geschwängelt. Wie süß! Sein erstes Piercing! Mitten in seiner Nase!